Es wird nichts mehr wegstehen. Ruhest du oder ruhest du. Es gibt kein Verlust. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Ich brauche einen Schick. Ich brauche nicht nur die, der mir einfach nur klingelt. Ich brauche mich allerdings nachvollziehen. Aber ich kann super death. Ich werde auch wiederhelfen. Ich trage mich für jeden Schicksal. Hallo, Scheiß nicht! Ich bin superaziel. Gut, dann suchen wir mal diese Startrampe. Verzeih, Sir. Aber als OD2 zufolge befindet sich Startrampe 94 auf der anderen Seite dieses Ortes. Luke, sieh zu, dass du gut vorbereitet bist, bevor wir fliegen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Schließt eure Garage ab, hört ihr? Ein paar Weequay sind auf Beutezug und räumen Spreeder und Schiffe auf. Ich hoffe, sie werden auf frischer Tat ertappt. Ich hoffe, sie werden auf jeden Fall geholfen. Der alte Streich mit dem Banda vor der Haustür. Ein Klassiker! Könnten Sie den Banda da irgendwie aus dem Weg bekommen? Ich kann so nicht in mein Haus rein und die Sturmtruppen stehen nur dumm da rum und lachen mich aus. Sieh sie kurz! Die kann es nicht passen! Sind Sie? Der eine Strecke! Die Strecke! Die Strecke! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2018 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Okay. Gut gemacht, Zui. Weiter so. Das alles? Natürlich müssen wir da auch noch rein, du Schlaukopf. Los, öffne die Rampe. Die Rampe muss runter, sonst machen die es nicht mehr lange. Reparieren, hab ich gesagt. Nicht komplett Neubau. Das ist ein Schlaukopf. Das ist ein Schlaukopf. Das ist ein Schlaukopf. Das ist ein Schlaukopf. Die Rampe muss runter, wenn man das nicht mehr schlauert. Das ist ein Schlaukopf. Das ist ein Schlaukopf. Das ist ein Schlaukopf. Ja, das war's. Oh, 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 oh. Das waren die Droiden, die wir gesucht haben. Schnallt euch an, ich mach jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Das muss jetzt bald Alderan sein. Was? Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mondzug. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Ein Traktorstrahler hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Niemand an Bord, Sir. Schick einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Ich lange nicht mehr... Nein. Das war's nicht. Ja, ja, nein. Ja, ja, das... Nein. Ja. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Ja. Oh, nein. Das war's für heute. Da ich nicht verkleidet bin, sollte ich besser Abstand von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Das war's für heute. 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 Mit den Eimern auf dem Kopf sollten wir am Terminal vorbeikommen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute für heute. Das war's 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 für heute. Wenn ich das Schiff benutzen kann, schieße ich ohne Rückfahrschein ins All. Natürlich erst, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Die Türen wieder in Betrieb sind, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Die Türen wieder in Betrieb sind, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Die Türen wieder in Betrieb sind, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Die Türen wieder in Betrieb sind, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Die Türen wieder in Betrieb sind, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Die Türen wieder in Betrieb sind, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Nein, auf uns werden sie kaufhören. Das wird nie funktionieren. Die Eindringlinge wurden gefunden. Und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Flanvader gehört. Schaltet die Lifte wieder ein. Die Turbolifte fahrt wieder. Schnell in die Kantine, bevor ihnen wieder der Nachtisch ausgeht. Unglaublich, dass das funktioniert hat. So sagst es. Vielleicht sollte ich Schauspieler werden. Damit kommen wir direkt in den Inhaftierungsblock. Stimmt's, Chewie? Vorsicht, er hat sich losgerissen! Von einer Überführung ist mir nichts. Schnapp ihn dir! Wie konnte uns das nur passieren? Wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben alles unter Kontrolle. Situation normal. Was ist passiert? Eine unbedeutende Waffen-Funktions-Störung. Aber es ist wieder alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Also wie gewohnt. Vielen Dank. Und wie geht's bei euch? Wir schicken eine Streife. Negativ, negativ. Wir haben ein Reaktor-Leck hier. Gebt uns ein paar Minuten, um das wieder hinzukriegen. Ein sehr großes Leck. Sehr gefährlich. Wer spricht dort? Nenn uns deine Dienstnummer. Meine Dienstnummer ist... Zwei, vier, sechs, vier. Genau. Zwei, vier, sechs, vier. Zwei, vier, sechs, vier? Das ist meine Dienstnummer. Nimmst du mich etwa auf den Arm, Kumpel? Bist du etwa ein Spion? Etwa von den Rebellen? Ich sollte dich... Nein, 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 nein. Ich versichere. Ich bin kein Spion. Ich glaub dir kein Wort. Ich frage ein letztes Mal. Ich glaube, dein Name und deine Dienstnummer. Gehaut, mein Gehaut. Braucht ihr neue Handtücher? Was ist los da oben? Ich stelle sofort einen Druck zusammen und komme zu euch rauf. Nein, nein. Wir bringen ihm die Handtücher aufs Zimmer. Kein Grundsor. Hallo? Au! Au! Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja. Er hat sich einen Kaffee gemacht. Achtung! Lass, das war uns. Was gibt's, R2? Er sagt, die Traktorstrahlsteuerung ist gleich da vorn. Aber dazu müssen wir an Backläuten vorbei. Die Traktorstrahlsteuerung ist gleich da vorn. Die Traktorstrahlsteuerung ist gleich da vorn. Die Traktorstrahlsteuerung ist gleich da. Alle sollen sich Nitis Haster-Sharben nicht darauf spüren werden. Die Traktorstrahlsteuerung ist gleich da vorn. Diese Zenskörungen arbeiten auf sich. Was ist die Traktorstrahlste. Fantastisch. Die Traktorstrahlsteuerung ist hier entlang. Sie dürfen mich nicht... Hey, hier dürfte ich hier sein. Entspannlich. Ist bloß ein Druide. Hat sich wahrscheinlich verlaufen. Stimmt's, Kleiner? Oh, du bist so ein süches kleines Ding. Gut, 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 gut. Was war das? Ich brauche Verstärkung. So ein tiefer Abgrund. Lord Vader sollte die Sicherheit hier mal überdenken. Eine Präsenz. Was ich zuletzt spürte, als... Nein, das war's nicht. Ja, ja, das ist... Nein, ich weiß nicht. Aha! Ich habe euch erwartet, Obi-Wan. Endlich begegnen wir uns wieder. Der Kreis schließt sich. Als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Jetzt bin ich der Mann. Da sind wir. Ihr fliegt mit dem... Es ist so long. Es ist so hot. Ihr blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away. As you fade away. I think I need help. I'm going through hell. I fake like I'm fine, but I know you can't tell. Like nothing I've found. My mind overwhelms. I think that I'm broken, but I know you can't help. I know I'm not perfect. But some days I feel more or more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still am you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long And it hurts to watch your blue eyes fade to grey Irgendwie. Oh jean 43 Hey следующий What you like Oh jean 43 Oh jean 44 Hey Ah Da drinnen! Die Prinzessin! Lasst ihr dich entkommen! Was sagt ihr zu dieser Rattung? Schlecht, was? Naja, wir leben noch. Das ist mehr als erwartet. Jetzt hab ich dich! Ich bin der Rattung! Hier! Guck! Guck! Hey, KB! Voy a fight! Bist du! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Schaltkonsole. So eine haben wir benutzt, als wir als Sturmtruppen verkleidet waren. Seid ihr immer noch da? Keine Chance, dass zwei Rebellen ein imperiales Kraftfeld deaktivieren. So was doofes. Das war's für heute. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Da ist kein Schloss dran. Sie werden durchkommen. Das war's für heute. 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 Ben? Ihr habt nachgelassen, alter Mann. Wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger, als du es dir vorstellen kannst. Nein! Lauf, Luke. Lauf! Nicht übel, meine Rettungsaktion, ha? Wenigstens ist die Information in R2 noch intakt. Wir haben's noch nicht überstanden. Fl vigor, wenn llamadoое Arbeit mit ihrem Rettungsaktion? Technikaparkark. bisschen, aber auch nicht. gente Kardashian. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.